Als Regionalleiter der Meisterstraße aus Seeland-Enstall möchte ich hiermit alle zu einer Reise zu unseren Handwerksbetrieben einladen. Hier werden Sie unsere Meisterbetriebe besuchen können und deren traditionelle Handwerkskunst und Kultur kennenlernen. Getragen wird die Meisterstraße aus Seeland-Enstall durch die Regio Z. Unsere Arbeit wird uns ermöglicht durch Fördergelder der EU, über die LA 16 in Graz und das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend. Ich lade Sie nun ein, einen unserer Meisterbetriebe zu besuchen. Ein Handwerksbetrieb der Meisterstraße zeichnet sich durch hochwertige Angebote, bestechende Qualität und einzigartige, eben meisterhafte Produkte aus. Für den Kunstschmied Johann Schweiger aus Donnersbach in der Steiermark eine Selbstverständlichkeit. Nachdem Johann Schweiger seine Meisterprüfung absolvierte, spezialisierte er sich in seiner Ausbildung auch auf die Damast- und Werkzeugschmiede und machte dann noch ein Studium für Denkmalpflege in Venedig. Für ihn war aber klar, um als kleiner Betrieb überleben zu können, musste er sich eine Marktnische suchen und das gelangt ihm mit seiner Kunstschmiede. Vor allem in einer abseits gelegenen Region wie Donnersbach muss die Qualität an vorderster Stelle stehen. Sein Leitprodukt als Meisterstraßenbetrieb ist der Späne-Schneider für Holzkamine und Kachelöfen. Und so entsteht dieses praktische Meisterstück. Johann Schweiger, gemeinsam mit seiner Gattin Waltraud und seinem Team, kreativ und vielseitig. Vom Entwurf bis zum fertigen Endprodukt, jeder Kundenwunsch wird individuell bearbeitet. Mit Feuer, Hammer, Amboss und Schmiedezange formt er das harte Eisen zu Kunstwerken. Aufträge wie Geländer, Gitter, Tore, Kamingarnituren, Räucherpfangen, Kupferkessel, Beschläge, Laternen und vieles mehr nimmt der Kunstschmied in Donnersbach gerne an. Und wenn Sie am nächsten Sonntag die Kirchenglocken hören, können Sie auch an Meister Schweiger denken. Denn er ist der einzige Klöppelschmied in Österreich und beliefert auch das Ausland. Wie sich ein Kunstschmied nach einem harten Arbeitstag vor dem 1000 Grad heißen Ofen wieder abkühlt und zur Ruhe kommt, das bleibt sein Geheimnis. Eines verrät der Kunstschmied Schweiger aber gerne. Durch traditionelles Handwerk und zeitgemäßes Design entstehen nachhaltige Produkte, die über Generationen ihren Wert nie verlieren. Kunstschmied Schweiger in Donnersbach. Eine Empfehlung für Kunden mit hohen qualitativen Ansprüchen.